Und ich begrüße dazu live in unserem Interviewstudio den Präsidenten der österreichischen Ärztekammer, Thomas Seckeresch. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Dr. Seckeresch, ich möchte gleich mit dem letzten Punkt beginnen. Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen? Ja, selbstverständlich. Jetzt können Sie als Arzt ja wahrscheinlich schon im Jänner, werden Sie es so früh machen oder warten Sie ab, bis es dann mehr praktische Erfahrungen mit der Impfung gibt, als ob jemand Busteln bekommt, wie vorher gesagt hat. Diese Erfahrungen gibt es schon, sonst kann es zu keiner Zulassung einer Impfung kommen. Diese Zulassungsbehörde agiert europaweit und sehr streng. Die Impfung wurde an zigtausend Menschen ausprobiert, hat dort offensichtlich keine Nebenwirkungen verursacht und man konnte nachweisen, dass die Impfung vor einer Infektion schützt. Also zugelassen werden nur sichere Impfstoffe und mit denen kann man sich auch impfen lassen. Dass die Frist, in der das entwickelt wurde, so kurz war, während es ja normalerweise bei Impfstoffen viele Jahre dauert oder jedenfalls mehrere Jahre dauert, das muss niemanden beunruhigen. Man hat das beschleunigt, indem die Firmen laufend ihre Ergebnisse an die Behörden übermittelt haben und weil man gewusst hat, dass hier eine Eile notwendig ist. Aber ich glaube nicht, dass bei der Sicherheit gespart wurde. Ich bin überzeugt davon, dass die Behörden nur sichere Impfstoffe zulassen. Jetzt sind die Österreicher ja traditionell eher impfskeptisch. Nicht mal 10% lassen sich Grippe impfen, wie wir gehört haben. Für wie realistisch halten Sie denn das Ziel des Gesundheitsministers, dass sich mindestens 50% der Bevölkerung impfen lassen? Und ist das bis April, Mai tatsächlich plausibel? Bei der Grippeimpfung haben Sie recht, aber denken Sie an die Zeckenimpfung. Da lassen sich die meisten Menschen impfen. Ich glaube, es ist eine Frage der Aufklärung und eine Frage, ob man zuversichtlich ist, einen sicheren Impfstoff zu bekommen. Und ich glaube, da kann man zuversichtlich sein. Jetzt soll die Impfung ja freiwillig sein, wird immer wieder betont von allen verantwortlichen Politikern. Jetzt gleichzeitig ist es ja in manchen Bereichen, wie im Gesundheitsbereich oder in Alten- und Pflegeheimen, ja ganz besonders wichtig, dass man gefährdete Personen schützt. Das Gesetz würde es an sich hergeben, dass es dort eine Impfpflicht gibt. Können Sie sich das vorstellen im Gesundheitsbereich? Eine Pflicht gibt es nicht, was man sich vorstellen kann. Und das gibt es jetzt schon, dass nur Geimpfte mit gefährdeten Patienten Kontakt haben dürfen. Also man wird jemanden, der nicht geimpft ist, nicht mit einem Schwerkranken zusammenbringen wollen. Und das haben wir zum Beispiel in den Spitälern in Wien jetzt schon. Nur mit einem Impfschutz gegen Grippe zum Beispiel darf man mit Schwerkranken-Tumorpatienten Kontakt haben, um die nicht potenziell zu gefährden und anzustecken. Halten Sie es für realistisch, wie eine Frau vorhin im Beitrag gesagt hat, dass es de facto zu einer Art Impfpflicht kommt, weil man ohne Impfung viele Dinge, möglicherweise Reisen, nicht unternehmen darf? Ich kann mir das nicht vorstellen. Es haben sich sämtliche wesentliche Politiker dagegen ausgesprochen. Und ich glaube auch, dass es wenig Sinn macht, hier eine Impfpflicht auszusprechen. Kommen wir zu diesen geplanten Massentests. Da war die Ärztekammer ja ursprünglich sehr skeptisch, hat auch von einer Ressourcenverschwendung gesprochen und auch von vielen falschen Ergebnissen, die es da geben wird. Sehen Sie das noch immer so kritisch oder halten Sie die Massentests mittlerweile für sinnvoll? Ich halte Testen prinzipiell für sinnvoll und wenn man durch die Massentestung infektiöse Menschen identifizieren kann, dann ist es etwas Gutes, weil man verhindert damit, dass andere angesteckt werden. Leider kann man ansteckend sein, obwohl man keine oder kaum Symptome hat. Und wenn man diese Menschen identifiziert, und das geht jetzt, wir haben Antigen-Schnelltests, die innerhalb von wenigen Minuten ein Ergebnis liefern, dann kann man das Umfeld schützen und das halte ich für sinnvoll. Und sind die, wie immer wieder betont wird, tatsächlich eine Momentaufnahme und Epidemiologie-Professor Gartlin aus Krems hat eben im Report gesagt, sinnvoll sind diese Massentests seiner Meinung nach nur, wenn sie öfter wiederholen. Sehen Sie das auch so? Es ist eine Wiederholung geplant, das stimmt, es ist eine Momentaufnahme, insbesondere wenn man negativ getestet wird, heißt das nicht, dass man für die nächste Zeit unbedingt negativ bleiben muss. Das heißt, es ist kein Freibrief zum Partyfeiern und eine Wiederholung macht viel Sinn, aber meines Wissens nach ist das angedacht. Die Ärztekammer ist ja in die Vorbereitungen jetzt eingebunden, es sind noch sehr, sehr viele Fragen offen, das sagen Kritiker, auch Landeshauptleute. Halten Sie es für realistisch, dass vor Weihnachten wirklich noch Millionen Menschen getestet werden? Der Gesundheitsminister hofft ja auf 60 Prozent. Es ist eine logistische Herausforderung und es werden alle zusammenhalten müssen, um diese Herausforderung zu meistern. Wir haben in der Slowakei und in Südtirol gesehen, dass es funktionieren kann und ich denke, dass das in Österreich auch funktionieren wird. Jetzt hat die Slowakei ein bisschen mehr als halb so viele Einrunde wie Österreich, trotzdem waren an diesen beiden Wochenenden 40.000 Menschen im Einsatz, um diese Tests durchzuführen. Die Ärztekammer hat noch vor wenigen Wochen gesagt, diese Antigentests gehören nicht, ich zitiere, in Laienhände und sie waren sogar dagegen, dass Apotheker diese Tests durchführen. Wie soll denn das mit zehntausenden Helfern funktionieren? Die Tests wurden weiterentwickelt, sind wesentlich zuverlässiger geworden. Es gibt wirklich hochqualitative Tests, die zumindest stark infektiöse Menschen identifizieren können. Und die Tatsache, dass man jemanden, der ansteckend ist, herausfindet, ist etwas Positives. Und es ist eine Aktion, die hilft, die hoffentlich auch hilft, einen dritten Lockdown zu verhindern. Bleiben wir noch ganz kurz beim zweiten Lockdown, der endet ja jetzt mal nach der Planung am 6. Dezember. Wie schnell kann man denn aus medizinischer Sicht dann wieder aufsperren oder gibt es Bereiche, die weiter geschlossen bleiben sollen, Ihrer Meinung nach? Es hängt davon ab, wie sich die Zahlen entwickeln. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Menschen halten, dass sie Abstand halten, Maske tragen, insbesondere in geschlossenen Räumen regelmäßig lüften. Und dann kann man diese Infektionskette unterbrechen. Wenn wir das alle machen und da sind wir alle gefordert, dann kommt es zu einem Absinken der Zahlen und dann kann man natürlich schnell eröffnen. Sollten die Zahlen weiter hoch bleiben, wird man vorsichtig sein müssen. Wie weit müssten die Zahlen denn hinuntergehen? Also jetzt sind wir bei etwa 4.000, also gestern war es 3.500, aber Montag heute 4.500 Neuinfektionen am Tag. Wie weit müssten denn die Zahlen hinuntergehen, dass man wirklich Geschäfte, Schulen und Gastronomie wieder öffnen kann? Oder auch die Kultur? Die müssten weit hinuntergehen, aber das ist möglich. Wir haben das auch in anderen Ländern gesehen, wenn Sie sich die Zahlen von Israel zum Beispiel anschauen. Die haben extrem hohe Zahlen gehabt, nicht ganz so hohe wie wir und sind sehr weit hinuntergekommen. Was heißt weit hinuntergehen? Ja, weit unter 1.000. Letzte Frage noch. Die italienische Regierung hat gestern vorgeschlagen und macht jetzt Lobbying dafür in ganz Europa, dass man die Skisaison wirklich in der ganzen EU bis Mitte Jänner aussetzt, um eine dritte Welle zu verhindern. Wäre das sinnvoll? Ja, ich fürchte, dass beim Skifahren auch gewisse Gefahren sind in der Gondel. Jedenfalls, Après-Ski sollte nicht erfolgen. Auf der Piste selber, wenn man dort alleine unterwegs ist, wird man niemanden anstecken können. Aber beim Skilift oder in einer Hütte sehr wohl. Aber kann man aufsperren, guten Gewissens vor Weihnachten? Wenn man das so organisiert, dass man alleine mit der Gondel unterwegs ist und dass die Skihütten zu sind, was den Spaß wahrscheinlich sehr minimiert, dann schon vor den Gefahren möchte ich aber warnen. Herr Präsident, vielen Dank für das Gespräch und fürs Kommen. Danke für die Einladung.